Hey, ich hab dein Geschenk besorgt. Was für ein Geschenk? Ich hab mir doch gar nichts gewünscht. Ah ja, doch. Ach das, das hast du besorgt. Ah ja. Ey, auf, komm rein. Schneeflöckle, Weißröckle, wann kommst du gesteit? Du wohnst in dem Bögle, dein Weg ist so weit. Und, wie findest du's? Nee, nee, Alter. Hör mal zu, ich hab gesagt, schwedische Weihnachtstanne. Nicht schwäbische Weihnachtskanne. Ach so. Ah ja, gut. Ah ja, gut, jetzt ist sie da, gell? Ja, jetzt ist sie da. Vielleicht ein bisschen Tee? Ja, ich, ich. Nee, ich nicht.